Erst kürzlich verriet Wolfgang Baros Sohn, wie sehr sich sein Vater von der beliebten GZSZ-Figur Jogerner unterscheidet. Seit 30 Jahren verkörpert Schauspieler Wolfgang Baro, 64, den berüchtigten Bösewicht Jogerner in der RTL-Soap, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Doch viele GZSZ-Fans dürften überrascht sein, dass Wolfgang im echten Leben ganz anders ist als seine skrupellose Rolle. Kürzlich besuchte er mit seinem Sohn David das VAUNET-Event, das in Berlin stattfand. Dabei verrieten beide im Interview mit RTL einiges aus ihrem Privatleben. Der Sohnemann erzählte dabei, dass sein Vater so gar nichts mit der Figur Jogerner gemeinsam habe. Wolfgang Baro, der spiele Opa besonders als Opa, zeigt sich Baro von einer völlig anderen Seite. Privat ist er ein super entspannter Opa, und das macht er wirklich toll, verriet David stolz, der seit drei Jahren Vater des kleinen Friedrich ist. Wolfgang sei demnach ein extremer Gegensatz zu der boshaften Rolle des Jogerner. Anders dabei sieht es wohl mit Mutter und Ehefrau Barbara Baro aus, die wohl den Ton im Haus angeben soll. Zu Hause ist es eher so, dass meine Mutter die Strenge ist, erklärt David, während Wolfgang als der spiele Opa bekannt ist, der immer weiß, wie er Friedrich bei Laune hält. Verstecken spielen mag er momentan sehr. Da verstecke ich mich, und wenn er mich findet, erschrecke ich ihn. Dann spielen wir Monster, erzählt Wolfgang lächelnd. Idee für GZSZ-Special Obwohl Jogerner im Laufe der Zeit sanfter geworden ist und mittlerweile mehr den liebevollen Familienvater verkörpert, bleibt Wolfgang Baro seiner Vorliebe für schurkische Charaktere treu. Auf die Frage, ob er lieber einen guten oder bösen Charakter spiele, antwortete er gegenüber Promiflash. In jedem Fall macht die Rolle des Bösewichts mehr Spaß, weil man hier viel mehr Facetten zeigen kann als bei einem Familienvater. Vielleicht darf er sich in Zukunft doch noch freuen. Der 64-Jährige hat nämlich eine kreative Idee für ein kommendes Special. Wir hatten öfter auch bei GZSZ Traumsequenzen, in denen die GZSZ-Charaktere in andere Rollen schlüpften und in andere Zeiten reisten. Ich würde mir gerne ein Weihnachtsspezial wünschen, in dem Gerner im Traum in die Rolle des Scrooge schlüpft und mit den anderen Charakteren von GZSZ eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens spielt, erklärte der Schauspieler. Wenn das nicht nach einer spannenden Idee klingt. Wenn das nicht nach einer spannenden Idee klingt. Ich würde mir gerne ein interess trock mal Monsters mit einem Plan zu decken, aber ist purple aus. Ich schlosi das nicht nach einer spannenden Idee. Ich würde mich gerne ein Jahr bei einem stuck. 马ziática Taliban im Ausland gefaltet die Rolle, wird die Rolle vongevort investigators zu权en und reinigen für cheer. Wenn es einer abg messt, nicht nach einer spannenden Dale aufh sayinenden. Vielen Dank.